coolen sind weg best of the rest ja der wird echt selten ja wenn man damit dabei haben wenn die elektro zeug gelegt haben ja kannst du musst immer hinter termit und fuse hinterherlaufen okay aber dafür freilaufen ohne ländchen genau ich gehe schön bei fuß wir müssen eine bombe aufstellen und los wo muss man denn dahin fahren immer in süden meint ihr dass die keller sind ich weiß nicht ich schon ganz gut dann fahre ich im keller keller ross ist hochgelaufen frost ist im erdgeschoss irgendwo einsatz in fünf sekunden entschärfer wurde zurückgeholt und so ganz unrocken scharf sie sind auf jeden fall unten ich wollte jetzt gerade hier rüberspringen immer gleich garage oder aber da bräuchte ich jemanden wurde entdeckt natürlich wissen dass hier vier mann sind und cool oder ja ja Jetzt kümmern wir uns mal um die Gipschwand! Entschärfer wurde erneut gesichert! Ich hab den Entschärfer fallen lassen, wieso hab ich den Entschärfer fallen lassen? Achso, wir sind tot! Fuse ist tot! Ich konnte die Fuse sterben! Tja, Fuse halt! Ja, da muss jemand von der anderen Seite auf jeden Fall kommen, ja! Ich komm mal von oben, ja! Ich hab den Entschärfer fallen lassen! Einer vom eigenen Trupp verbleibt! Letzte Sekunde, Mensch! Hinter dem Auto ist der Diffuser! Und da ist auch Frost! Ey, wirklich, auf die letzte Sekunde hätte ich den Entschärfer geschafft! Also rechts, hinterm Auto! Ah! Tospor! Fuck! Tospor! Tospor! Wir müssen es einmal finden, wir sollten uns mal auseinwhere haben! Und da heben wir uns noch auf! Wir sind mal wieder nur zu viert! Ach komm, bis schon wieder. Die Bomben sichern. Lobby-Pressierung ist jemand, der Christi was. Oh ja, das ist ja echt hardcore. Ist das ja eine Kreisel dabei? Ne. Was für den? Ein Kastl, ein Kastl. Oh, der Raum ist ja echt kurz her. Sind die so starke Gegner? Oh, das ist ja echt bullshit. Ich bin der Gegner entdeckt. Gerät ist platziert. Voll. Jetzt fallen erst die. Oh, hast du da zugemacht? Wie komme ich jetzt hoch? Gar nicht. Wer will da hoch? Mit Genuss sterben, oder wie? Werden da scheißaus zugemacht? Ich hab's scheißaus zugemacht. Warum? Kein Mensch braucht scheißaus. Klar. Das ist der sicherste Raum. Die Mämmfreie-Zone. Meine giftigen kleinen Kerlen. Ich dachte, ich hab's einfach zugemacht. Die Doppel. Die Doppel. Das Lestchen kann jederzeit aufwachen! Was kommt denn der her? Die hat zwar einen anknarzt, aber Die werden schon wieder wiederbeleckt haben Ah, hat mich weh geschossen, ich bin klein im Arsch Wo denn? Mit der Eingangstür Vito Handy wird eingesetzt! Vito Handy wird eingesetzt! Ach du Zelte, du musst aufpassen! Von wo? Von deiner Richtung? Ja Ja, aber hier haben sie auch ein Fenster gesprengt und da haben sie auch schon zweit Ja, jetzt hat er eine Eko-Ziepix Wo war der? Eingangstür vorn Ja, die kommen jetzt von zwei Seiten Ja, die kommen jetzt von zwei Seiten Ja, der Cheat Ja, super! Oben ist keine Sau Die sind alle unten Ja, jetzt lässt er natürlich von dem Raum kommen Ja, zwei Räume ist echt Bullshit hier Fünfzehn Sekunden noch Jetzt sind sie drinnen, mal schauen ob sie es noch schaffen Fünf Sekunden übrig Wechselmagazine Ja, fünf Sekunden noch, da unten läuft nicht weg Wo willst du denn jetzt nicht weglaufen? Wo willst du denn noch vornlaufen? Kannst du denn noch weglaufen jetzt? Wollen wir den einen weg machen, weglaufen? Weg machen, weglaufen Weg machen, weglaufen Weg machen, weglaufen Weg machen, weglaufen 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 Naja, was solls Egal, 0-2 Nein! 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 Ranzo und Zeitig 0-1-2-0-0-2 Mhm Und sieh uns alleine da unten, was macht zum Dreimann Schämt sich Genau, ja Da wo die ganze Trouble war Da waren wir nur zu zweifeln Ja, die haben jetzt noch Eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert Und Taktik, wie schaut die aus? Taktik? Gewinnen Gewinnen Taktik gewinnen Einfach rein und alles wegrotzen, was da ist Ich würd' ich Die sichern gar nichts da ab Ich würd' ich Ich würd' ich Ihr kommt's von hinten Und ich halte sie vorn beim Hauptein der Auftrag Denn schafft sie Haltet nach anderen Ausschau Ja, da Genau da halte ich sie Ja, super Wartet sich Mann, Mann, Mann Ey, bevor ich hier überhaupt loslaufen kann Hast du nicht mehr Granate? Ich hab'n Ding dabei Mach's mal halblang Mach's mal lieber die Kameras weg Ja, ich mach's weg Ja, die Kameras sollten wir auch noch wegmachen Streichsprengsatz aktiv Streichsprengsatz aktiv Streichsprengsatz aktiv Halt Fragend gefunden Endisch aus Längd Neu Sprengsatz aktiviert. Hier in der nächsten Sprengsatz. Sehr schön. Ist doch nicht wahr, Mensch. Lege Sprengladung. Detonation. Und so, pass auf. Warum? Weil da Feinde sind. Siehst du? Ich stirb halt immer gleich. Links von dir, ne? Oder geradeaus, oder keine Ahnung. Ich stirb halt gleich sofort. Du hast wenigstens noch 100. Da war doch vorhin einer. Wo ist denn der jetzt hin? Blöd, ne? Eine Minute noch. Eine Minute noch. Da verbleibender Gegner. Achtung! Falle! 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 Von dir! Yes! Das guckt man immer nicht, gell? Das ist geil. Sehr geil. Aber mit diesen Scheißfallen, da schauen wir immer nicht, gell? Das ist so ein Ding. Wer war denn das? Hier. Der Seidig. Der Seidig. Der Seidig. Der Seidig. Yeah! Der Seidig rettet den Tag. Ich muss jetzt aufhören, Leute. Besser kann es nicht mehr werden. Das Team nur noch zu dritt übrig lassen. Garage Cafeterie. Ja, aber dafür, dass wir zu viert waren. War da ganz cool gemacht. Ah boah, perfekt. Ich geh zur Garage vor zur... Also sind da zwei Garagen... Ne, ist ein Garagentor, oder? Ist das eins oder zwei? Zwei, oder? Die Bomben sichern. Ich glaub zwei, Abi. Na, ein großes. Ein großes. Ein großes. Aber da gibt es doch noch eins, wo zwei sind. Ja, aber nicht hier, oder? Kann ich auch noch. Das Gerät ist in Position. Ach so, ich komm jetzt klar zu. Ein Bombenstandort ist in Gefahr. So, jetzt. Das sind dort zwei Bromien, die vorbeigehen. Ja, ja. Ich weiß. Die Gegner haben eine Brombeleidigung. Nur noch zehn Sekunden. Du, ich hab nur noch zehn Sekunden. Da braucht man gar nix zumachen, weil... Nur noch fünf Sekunden. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Der Stacheldraht ist bereit! Bleiben wir unten drin? Nee, Ronzo, du gehst nicht hoch, jawohl. Bist du, schaust du da, dann schaue ich hinter uns. Okay. Ja, okay. Okay. Ich bereite ein Nestchen vor. Ich bereite ein Nestchen vor. Okay, die sind da beim Tor. Jetzt müssen wir sie im Treppenbereich. Oh, ich bin verletzt und sie auch. Alter. Die ist auch verletzt. Jawohl, danke. Zeitgleich. Wahnsinn, hatte ich noch nie. Das war nur sie. Noch einer! Die Süßten sind passiert! Oh! Alter! Jetzt musst du mich retten! Nein! Jetzt schaue ich schon wieder dadurch. Das gibt's nicht. Ich weiß gar nicht, was denn jetzt wieder auch zeitgleich? Da bist du sehr gut. Und ich schaue gerade nicht, Alter. Was für ein Scheiß. Wie du scherst nicht? Ich scher gerade nicht. Ich schaue gerade nicht. Wo ist denn der? Blinder 2 Zwei Schwanzländer Da sinds bei der Bombe Ich sehe Also hinter mir auch Kein Wunder dass ich das nicht schaffe Pass auf Bist du Seil? Ja ich bin Seil Ja ja immerhin geil Ja ja immerhin geil Alle Gegner eliminiert Puh Sehr gut Das ist Adrenalin Ja 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 Die Eier Brodel geil das Brodel Adrenalin aus der Eier Sie sind köchelt Also ich sag's Dieser Backe ist ins Scheiße Auf der Map Auf der Map zumindest Weil er halt gar nichts hat Außer diese Shotgun Die bringt halt da gar nichts Diese Schotten Schotten Gang Ja das hat nix Nix was irgendwie hier Geil ist Nix was gescheit wär Geisel Geiseln oder so kleinen Maps Da ist ja schon ganz cool Wir müssen eine Bombe aufspüren Wir müssen eine Bombe aufspüren Sagt ist die Kanten Schon wieder Neue Operator rausbringen Was? Ein paar neue Operator Kanten schon mal rausbringen Ja komm da bald Was ist bald? Q2 oder? In 8 Jahren April Mai Achtung Eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert Komm ich hab jedes Quartal Zwei neue raus Noch 5 Sekunden Hat jemand Fuse? Ich hab Fuse Ich hab Fuse Entschärfer wurde zurückgeholt Rück zur Bombe vor und entschärft sie Wer ist Letz? Ich Alles klar Ein Mann ohne Uten Ein Mann ohne Uten Vorsichtiger Mann Nein noch nicht Termite Oh nein noch nicht aufspüren Mann Wollte doch gerade rein fusten Wo sind denn da die Kameras? Mensch Wollte doch Ja mitten da Komm ich stehe mitten Einsam und allein am Dach Schalt-Erd-Feuerschatz Ich hab es gehört So was machen wir Jetzt wird das krach Ja was machen wir da? Geräte werden aufgeschaltet Wow Du bist da jetzt gleich erschossen worden Also Komm wo Ich hab nur vollen Sinn Ja komisch Aber der muss dann da irgendwo sein Wo ich Ich Da runter guck Weil der ist direkt vor meiner Schnauze Da hab ich gedacht Oh Das hab ich gesehen Was hab ich gesehen? Der ist gerade nach hinten abgeholt Oben oder unten? Unten, unten Ja ich bin ja oben am Dach Ich bin ja oben am Dach Ist da einer oder? Sei Jaja da muss einer sein Ja da Der hat Der hat angekillt Plattiere Sprengladung Plattiere Sprengladung Waaah Oh Sorry Das war knapp Deaktiviere die Elektronik Alter Pixer Wo war der? Ja Da beim Seil Irgendwann meine Da was zum Zur Garage runter geht Da den Eingang gleich Mhm Einer vom eigenen Trupp verbleibt Ey kannst du das vorstellen Liegt da im Klo drin Im Klo? Haben's das Ding reingemacht Ja ich bin da Hä? Ich bin in die Falle reingestiegen Wo bist denn du rein? Aber die liegt da tatsächlich Naja du bist die letzte Sogar Ich bin da weiter links rein Das ist weit da unten Du musst jetzt noch 5 killen Und hast noch 40 Sekunden Ja cool das geht ja noch Der Schafer ist jetzt gesichert Da rechts gell Rechts ist er Und da eine Treppe drin Nein wie schlecht Das gibt's doch nicht Jetzt kann ich mir nicht entscheiden Zwischen Tür und Treppe Guck mal schau mal Das ist ein Mausspieler Ja ich bin jetzt auch Zwischen Tür und Treppe hin und her geschwankt Hätten wir auf 1 Auf 1 festlegt Wir haben noch eine Runde Jetzt zeigen wir's ihnen Ne ma warte ma Was nehmen wir an? Kung Fu Ja ist irgendwie alle scheiße Das Lobby Presseraum ist scheiße da vorne Ja Ja wenn denn Garage oder? Garage können wir ja nicht Achso haben wir schon Ja stimmt Ey steht 2 zu 3 Wir sind zu 4 gegen 5 Ja Die Bomben sichern Egal Alter Hier haste Da kommt grad der Throne Die Gegner haben eine Bombe Da ist irgendwo eine Drohne Da ist irgendwo eine Drohne Steig Da ist irgendwo Da ist irgendwo Da ist irgendwo Die Ziel lokalisiert, Erdgeschoss. Sehr geil. Oh, Erdgeschoss. Ich bin Erdgeschoss. Ich hab gerade einen markiert. Er ist links rein. Pass auf. Oh, okay. Ich mach ihn nicht. Meine Munition ist leer. Sehr gut. Na ja. Ich hab ein ganzes Magazin gebraucht. Hauptsache weg. Oh, ich seh ihn runter. Das gibt's doch nicht in dem Moment, wo ich da durchlaufe. Pass auf. Ja, in dem Bild. Die Süßen sind platziert. Nein, wo war der jetzt? Wo hat denn der jetzt hier geschossen? Na ja, zwischen A und B sind sie schreien anscheinend. In dem Zwischen. Sind wir drin, oder wie? Ja. Beide? Ja, mich hat jetzt einer fertig gemacht. Einer sehe ich gerade noch hängt irgendwo draußen am... Mach auf. Einer hängt noch draußen an den Fenstern. Und einer ist, glaub ich, schon drin. Ach, scheiße. Ja, da müssen wir warten. Da müssen wir warten, Rundso. Wenn der an den Fenstern ist. Ja, ganz so rechts in dem Ding ist, glaub ich, noch einer am Fenster. Da, wo du jetzt reinschaust in den Raum. Alter. Wo war der jetzt? Ja, oben am Dach ist er. Ah, die sind halt überall jetzt. Der sieht mich nicht, oder? Gut, auf der. Doch, weil ich seh dir den. Ihr habt die gleich. Der macht die gleich weg, wenn du da stehen bleibst. Ja, wo ist der? Ich wusste es, dass der andere von da kommt. Ach so, auf der Dachluke da, oder? Ich von da am Dach oben. Dachluke. 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 Ach, da. Mhm. Ja, und links im Raum ist auch einer. Jetzt hab ich's verstanden. Wusste ich nicht, dass man da... Ja, das ist die eine Lücke, wo wir vorhin runtergeschaut haben, so ey. Nee, nee, schau, guck, der hat mich woanders erschossen. Echt? Ja, der, aber der andere hat einfach die geschossen. Naja, wie gesagt, die sind ja verteilt. Scheiße, ey, ich wollte die runterlaufen, Gott. Die kennen sich aus. Das war's, ne? Wow. Die machen jetzt in letzter Sekunde den Diffuser ran und dann, was ist das? Die sind ja zu zweit. Oder haben sie den vielleicht nicht? Ja. Da liegt er direkt vor der Schnauze von ihm. Ah. Links von ihm. Und Joel, oder? 15 Sekunden noch. Schaffen sie nicht mehr. Zehn Sekunden noch. Die wissen nicht mehr. Fünf Sekunden noch. Oh Mann. Ja. Ja. Geil. Crazy. Das ist das, als Verteidiger siehst du nicht, wo die Bombe ist. Mhm. Und wenn du den, den Typen, du weißt ja nicht, äh, weil sonst könntest du die, den Bombenkoffer einfach beschützen. Mhm. Und keinen reinlassen. Ja. Oh, mir ist dann ja wieder Angriff. Ja. Scheiße. Verlängerung. Das war schon wieder eins. Ah, nee. Wir spielen seit 40 Minuten, das spielen wir da. Für 30. 30. 30, ja. Wird noch 20 dauernd. Das ist 1.10 Uhr. Ist es nicht herrlich. Großartig. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Großartig. Wir gönnen unserem Körper was. Yeah. Das sind die Teller. Die tun da schon alles. Das ist der, der definitiv im Keller. Das ist der, der sich auch von oben rauskommt. wie wir sehen entschärfer wurde zurückgeholt eine Bombe muss lokalisieren der schießt gleich von oben runter dann ne, von da kam er nicht im Haupteingang, oder? ja, der ist von oben oben ein Konsulat oberster Stock ich wurde entdeckt ich auch wo ist es? ja ich habe übrigens den entschärfer wechsel das Magazin ok soll ich legen? so, ok, dann machst du es auch Achtung ne ne naja, ich hätte vorher noch fussen können oder gibt es da noch was zum fussen? bombe gefunden ah, scheiße ah, scheiße sind da im Gang feinde gesichtet garage ok hast du irgendwas? ganz hinten im weiß hinterm weißem Auto ist sie da kommt einer das ist seitlich nein, das bin ich kann er nirgendwo fussen? wir müssen was anderes machen mit dem Hauptfrost sind es einfach zusammen alter was war das? äh, C4 ne? hab ich echt voll erwischt 36 eh nicht mehr neuer Sprengsatz eingesetzt ja, der Sprengsatz das ist echt enttäuschend ist hoppfrost hier war sie springt runter, springt runter runterspringen, runterspringen was sind die denn jetzt? ist da einer, oder? ja, aber irgendwie irgendjemanden muss ich beschützen nein, du schützen ja bin ich schon unten ich bin tot nur noch ein Gegner übrig ein Gegner scheiße wo ist der? ah, 50 hab ich runter nein aber der hat 100%ig spielt der jetzt gewinnen sie der Entschärfer wurde zerstört Entschärfer wurde deaktiviert Mission gescheitert viel geschlafen hu 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 willkommen um zwei ins Bett ey was ist denn hier los? oh Gott sei Dank ich konnte doch kasten ey, wie gesagt wir sind zu viert wir sind hier zu viert ey, macht hier bitte zu oh Zugang zu Perle angebracht Soll sie vollkommen habe die Wand verstärkt die Wohnzonen nicht verlassen die Gegner haben eine Bombe entdeckt verteidigt sie nur noch 10 Sekunden nur noch 5 Sekunden 1, 2, halt die Gegner haben eine Bombe lokalisiert äh diese Drohnen hast du, hast du noch so eine Tür so eine Eisentür? ich habe eine Tür noch komm mal her zu mir die kann die da brauchen nur hier oben nein, wie schlecht das gibt es noch nicht wieso muss ich da schauen IQ oben an der Treppe da kommst du zu zweit runter man, da hätte ich meine Dinge legen können die Gegner haben einen Entschärfer eingesetzt er muss zerstört werden meine Munition ist leer ja klar klar, super ein Kämpfer des eigenen Trupps verbleibt hoffen die Mauer ja das da holen sie ja da, im anderen Raum im anderen Raum ach so, wir sind dann bei beiden zu sehen hast du vergessen, der Watcher Mission gescheitert, eigener Operator gefallen ja macht nichts herz zerreißende Niederlage 0.58, wir haben es geschafft nach vor 1 yeah wir haben uns Mühe gegeben ja 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 wir sind wir sind die wir haben nicht Zahl wir sind sie